hallo leute und herzlich willkommen zurück zu neuen video hier auf meinem kanal wenn ihr das video seht werde ich wahrscheinlich im urlaub sein und deshalb kann es auch sein dass der mode schon draußen ist ich habe im scharfschützengefecht gespielt dort habe ich wirklich ganz coole runden erreicht ja ich werde da ein paar highlights dann raussehen und wenn euch diese videos gefallen könnte natürlich ein abon like da lassen ich bin anderthalb wochen in urlaub vom jetzigen aufnahmezeit punkt anderthalb wochen das heißt am sonntag den 13 april glaube ich also da wo die weltmeisterschaft dann auch beginnt wenn ich auch wieder zurück aus dem urlaub und ich würde euch sagen und ich hoffe ihr habt auch gute ferien wenn jetzt natürlich ferien haben solltet schließlich holstein hat ja glaube ich durchgehend ferien und ja dann viel spaß mit dem video wollte grad schon sagen ich glaube sie sind ich allein und dann höre ich nein nein warum ist die spawn rate von eins neid was so niedrig so ich habe keine waffe da unten ist die kiste das ist jawohl ich habe ein jagdgewehr hat ja zum glück nicht lang gedauert die hätten die spawn rate von waffen hier auch ruhig minimal erhöhen können ich glaube ich werde von irgendwo mit einem bogen abgeschossen ich habe nämlich keine ahnung was für ein sound ist es hört sich an wie so ein feld sound als verdammt leise ich habe ein auto sniper das war's ganz stark gilt euch niemals open field in diesem modus das ist keine gute idee so ich bin da ich bin auch immer über drei abgebrieren Jetzt geht's ab, Alter. Boah, lag hier neben mir. Ich habe einen Kugel geholfen. Ich habe einen Kugel geholfen. Ich habe einen Kugel geholfen. Ich habe einen Kugel geholfen, oder? Ich habe einen Kugel. Ich habe einen Kugel geholfen, aber... NOOOOO! da war das 225 drin der alle ich da ich weiß das war ein hp alter ist mit deinem mikrofon los nicht meine mutter staub saugt ich werde sich überleben muss mich glaube ich einmal wieder hoch ich kann mich nicht hochholen du intelligenz bolzen krass das ist keine unnötig 80 jahre bekommt man keine waffe dann bekommt man eine waffe und dann stirbt man öffne den da könnte der bogen drin sein stark treppen können wir doch erst mal minis Das war's. Oh, ja, 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 ja. Wie wir jetzt noch die erste Zone immer noch eine Waffe gesucht haben, Alter. Ja, 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 ja. Wie ist er so schnell? Eis. Oh. Das schießt doch mit Dings auf, mit Heavy Sniper auf. Ah, jetzt egal. Links neben dir ist, glaube ich, noch einer. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann durch aus sein. Oh mein Gott, ich habe so viele Traps. Wirklich? Ja. Ich habe 5 normale Traps und 8 Gift. Weißt du heute, ich spiele so Solo in diesem Arena Dings da, ne? Plötzlich steht da so ein Renegade Raider mit, äh, schwarzer Ritterschild. Ich denke mir, so eine tolle Kacke. Ich warte unter seinem Hütchen, bis er stillsteht und gebe ihm Headshot. Alter, es war so. Ich glaube, der hätte mich vom Skill her ein bisschen platt gemacht, aber dann habe ich ihn lucky gesnipe, weil er stehen geblieben ist. Oh ja. Keine Ahnung, woher ich gesnipe, oder? Wahrscheinlich vom Berg. Okay, Zone ist hier unten. INSERRATING ein gift fall gemacht wäre das entspannt zwei gegner noch ich hätte mir diese talung auch voll gerne gekauft wie viel hat die gekostet 700 euro ich habe sechs kills bruder kommt verreckt einfach durch die zone ich glaube das ist ich glaube ich habe zwei solo das ein solo die heavy schild zu uns auf dem berg hoch war noch jumppads glaube ich habe ich auch was für ein paket denk dran du hast noch fallen ich weiß ja ganz stark ganz wichtig oh er ist im falschen haben gestorben so ein dolly easy macht ihr den sieg hier in den modus warum oben unten sind vier mehr kisten da sind vier neue kisten nochmal gespawnt ich nehme hier die oben okay okay too easy for me next enemy okay ich bin lost oh da ist 215 headshot drin ehrenwert hast du was muni nee ich habe selber kaum was ist das deine trap hier ist nicht deine trap ey hier ist ein gegner er landet über dir irgendwo er ist jetzt bei dir wenn du dann war dann das was 3 kills 175 hp ich dachte das wärst du ja okay wollte ich öffne in der kiste der escape komplett mit brauchen wir mit dem gar nicht versuchen vor leipzig gut munition ja die ticket leute lasst auch gerne allen abo da auf ehrenbruder basis gegner da okay ich komm stark eine wahre sniper legende ich habe ihn gesehen wo genau ja ich hinter dem stein oder eben halt eine verlängerung hinter uns ich wurde auch noch von hinter mir gesnipet vor sich Vielen Dank.